Wir machen Frühstück, weil wir selber gerne frühstücken. Ich glaube, dass das eine der stärksten Motivationen ist, die man haben kann, um ein Produkt zu entwickeln. Es geht nicht nur darum, einen Markt zu bedienen, sondern es geht letztlich darum, etwas zu machen, das man gut machen will und bekanntlich macht man das am besten, was man gern macht. Wir machen Müsli, Crunchy, Cerealien und Flocken und seit einigen Jahren machen wir auch Porridge. Der Morgen ist für mich eigentlich eine ganz besondere Zeit, weil ich das liebe, kurz vorm rausgehen, bevor der Tag so richtig startet, mich hinzusetzen, in Ruhe frühstücken und so kraftvollen Tag zu tanken. Am liebsten vor allem im Fahrrad bei Sonnenschein in die Firma, einfach um einen Kopf frei zu bekommen, um frische Luft zu tanken und dann fit in den Tag zu starten. Wir verfolgen ein Credo bei unseren Produkten. Wir wollen Produkte machen, die besser ausschauen, die besser schmecken und die besser riechen. Das ist eine Produktion, wo man einen hohen Handarbeitsanteil hat, auch wirklich umsetzbar. Wenn unsere Kollegen in der Produktion eine Rohware entgegennehmen, dann überprüfen sie sie letztlich auch nach diesen Faktoren. Neben all den biochemischen Untersuchungen, die man machen muss, die auch relevant und wesentlich sind, halten wir das für den eigentlichen Faktor, der auch beim Konsumenten dann am Ende des Tages einen Unterschied macht. Was ich bei uns wirklich super finde, ist, dass jeder Mitarbeiter eine Stimme hat und sich einbringen kann, auch außerhalb der eigenen Abteilung. Das beginnt bei einem einfachen Facebook-Post zum Beispiel und geht aber bis in den Bereich Produktentwicklung. Da kann jeder Ideen einbringen und ich glaube, das gibt es nicht in jedem Unternehmen. Das ist wirklich was Besonderes. Also am meisten schätze ich den respektvollen Umgang miteinander, dass alle miteinander auf Augenhöhe reden und vor allem finde ich es gut, dass bei der Auswahl der Rohwaren nicht nur der Preis entscheidet, sondern vor allem die Qualität. Für mich war es total wichtig, beim Unternehmen anzufangen, wo Frauen auch wirklich wertgeschätzt werden. 70 Prozent in der Führungsebene sind Frauen und da merkt man, das ist kein Zufall, sondern das wird wirklich wertgeschätzt und Frauen haben eine ganz besondere Stelle bei Weireland. Ich finde es super, dass wir ein kleines familiäres Team sind von 50 Mitarbeitern. Wir arbeiten sehr flexibel und so meistern wir jede Situation. Was ich an den Produkten super finde, ist natürlich erstens, dass alles Bio ist und zweitens, dass wir Urgetreide verwenden, weil das nicht nur aus gesundheitlicher Sicht ideal ist, sondern wir damit auch die Sortenvielfalt fördern. Beim Essen, was ich übrigens selbst sehr, sehr gerne mache, sind mir zwei Dinge speziell wichtig und zwar das ist der gesundheitliche Aspekt und auch der Genuss und der Geschmack eines Lebensmittels. Und Bioprodukte sind gesünder, weil die biologische Landwirtschaft auf den Einsatz von Chemie vollständig verzichtet. Das heißt Chemie im Sinne von Gentechnik, von Kunstdünger oder mineralischer Dünger und auch von Pestiziden, also von Pflanzenschutzmitteln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.